Hier geht es zwar nur um Höhenzentimeter, doch die VR-Technik katapultiert mich mit einem Fahrstuhl ins vierzehnte Stockwerk eines Großstadtwolkenkratzers und auch direkt an im Abgrund dessen, was ich mich traue. Das Brett wirkt fest, doch meine Knie sind wackelig, nur Pudding drin. Diese Höhe, Wahnsinn. Und mache ich einen Schritt zur Seite. Vierzehn Stockwerke wieder runter. Ja, aber es war auf jeden Fall schon echt, also schon allein auf diese Planke drauf zu gehen. Ich fand's allerdings ganz angenehm, dass man halt unter den Füßen gespürt hat, als man zur Seite gegangen ist, dass da Boden ist. Sonst wäre ich, glaube ich, echt so völlig fertig gewesen. Ausisch 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 Vielen Dank.